Erde und Mond, beide werden von der Sonne angestrahlt, in diesem Bild aus der rechten Richtung. Von der Erde aus gedacht, ist der Mond auf der linken Seite hell, auf der rechten Dunkel. Wir haben also eine Halbmondstellung. Dies ist aber nur eine Momentaufnahme, in die wir nun ein wenig Bewegung hineinbringen. Die Erde rotiert am Tag einmal um ihre eigene Achse. Der Mond läuft in etwa 29 Tagen und 12 Stunden einmal um die Erde. Steht er in Richtung Sonne, so sehen wir von der Erde nur noch die dunkle Rückseite, die wir natürlich nicht erkennen können. Daher nennen wir diese Phase Neumond. In diesem Fall verdunkelt der Mond jetzt sogar einen Teil der Erde. Das wäre an diesem Ort eine Sonnenfinsternis. Zieht der Mond weiter, so sehen wir immer mehr von der rechten Seite des Mondes. Steht der Mond auf der gegenüberliegenden Seite unseres Startbildes, so sehen wir von der Erde aus gedacht einen zunehmenden Halbmond. Aus unserer Blickrichtung können wir den Mond jetzt nicht mehr sehen. Von der Erde aus kann man ihn natürlich immer noch betrachten. Auf der Nachtseite, wenn der Mond gegenüber der Sonne steht, hinter der Erde, dann kann man einen wunderbaren Vollmond beobachten. In unserem Fall verschwindet der Mond aber teilweise im Schatten der Erde. Das wäre eine partielle, also eine teilweise Mondfinsternis. Der Mond ist gleich einmal um die Erde herumgewandert und damit beenden wir den Umlauf und auch diese kleine Simulation.